Und die Marete. Das wird man gar kein Knüppeln, aber Vorschlag haben wir es nie verkehrt, ne? Vorschlag haben wir es ein gutes Arbeitsgerät. Dem Polen sein Original-Werkzeug schlüsselt. Hä? Ich verspende keine Wunderung, die spawnen eben auch keinen Sinn. Ja, ich wollte nur gucken, ob der geht. Ich bin zu frei, Max. Ich habe 6 Rounds. Das sind aber auch viele. Du hast doch für die Assi-Werfe genug Munition, oder? Ja, ich habe dreimal ganz sicher, dann muss ich einfach leer machen. Wie die Rednecks hier. Ich habe noch mehr, Max! Ich habe noch mehr, Max! Ich habe noch mehr, Max! Ich habe noch zwei, Max! Ich glaube hier ist offen. Ne, dahinten. Nein, hier. Hier, Kino! Ich habe noch mehr, Max! Ich habe noch nicht mehr! Ich habe noch mehr, Max! Ich habe einen Schlüssel! Immer die Türen hinter uns zugemacht! Na klar! Ich habe einen Schlüssel! Ich habe einen Schlüssel! Gehe ich mir Schrote? Dann sollte man mitnehmen. Taschendämpf? Ich wollte vergessen. Was kann ich mir hier? Wobei habe ich schon 1911. Hier ist ein 1911er. Da liegt der Schlüssel an dem Boden. Willst du 1911 mitnehmen im Port? Ja, ich komme so klar. Ich hole einen Moment. Du, dich habe ich gar nicht gefragt. Super. Der tolle Schlüssel blockiert alles. Ohh. Ach, geh mal zur Seite. Das wollen wir uns nicht ständig gegenseitig wegschubsen. Ich habe es selbst eingeschlossen. Högl, ich versuche mal von außen die Tür zu öffnen. Warte. Ey, ich sah richtig schnieke aus. Was? Wo seid ihr denn? So scheiße aus. Was könnt ihr denn eigentlich? Wir haben uns eingeschlossen. Ich komme nicht an den Schlüssel. Ey, es ist so verrückt manchmal diese Scheiße, ne? So, Tür auf. Ja, macht doch einer. Gewalt ist keine Lösung. Wo ist der 45er? Im Sport hier. Geh mal vor, wo war Licht. Oder hat einer im wahrsten Sinne des Wortes Kinderarme geschissen? Wo ist denn die Tür hier? Hier läuft falsch. Hier lang. Ich habe nichts mehr übrig. Ich habe nichts mehr übrig. Hier läuft zwei Schuss, das bringt es total. Wie gierige Jude hat nicht meine Spruchschule vergeiert erstmal, ne? Nur zwei, drei, zwei. Ach du Scheiße, hier war das richtig. Ja, gleich links dann. Wie langsam können wir einen nicht lassen. Hier ist drin, offen. Ich brauche unbedingt Moni. Ja, hier liegt eine Knarre auf der Theke. Haben wir die Tür wieder zugemacht? Warte mal, Goldmann. Kriegst du auch noch was hier? Ja, tschüss. Bunsenbrenner müssen wir wieder mitnehmen. Vielleicht tschüss du mir erstmal irgendwo einer rumtun. Hat jemand einen Bunsenbrenner? Ich habe einen, ja. Also kommen wir weiter, ne? Aber ich weiß nicht wohin. Aber wir müssen eh erst jetzt mal gucken, dass wir hier... Red Open Hotel Side Entrance. Wo sind... Ist schusssicher. Hier lang. Mann, Goldmann, was kannst du denn eigentlich? Die Lampen hier. Hey, die weiter. Es lohnt sich eben stehen zu sein für die Paar. Lass die im Leben. Am besten nur auf Runner schießen. Ist hier offen? Ne. Wir müssen weiter, wir müssen zum Hotel. Komm, komm, komm. Durch, 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 rennen. Aua, heiß. Hier, hier, wo ich bin. Gib mir Deckung. Mach auch, ja, komm. Nur die nah dran sind. Brutz und Brutz und Brat. Schneller. BG? Ja, ist auf, ist auf, ist auf. Schwarzer war noch. Der ist noch extra flink. Mach zu. Oh, oh. Geht nicht zu. Weiter geht. Achtung. Geht nicht zu. Weiter geht. Achtung. Geht da was auf? Jo. Komm. Geht nicht zu. Scheiße, ich brauche Licht. Scheiße, ich brauche Licht. Uff. Ich hab mich richtig erschrocken, ey. Ja, jetzt bin ich da auch, ja. Fuck. Ich hab ein Messer, wie geht es mich vor, sonst. Scheiße, mein Hackebeil. Mo. Boah. Hier liegt ne Knarre. Ach, so kann ich sogar mitnehmen. Hier liegt ne Pareta. Ich hab nen Schlüssel. Hoch, wa? am besten durchrennen wir zwar nicht lange stehen bleiben eben bandage mitnehmen was wir hier so finden und raus die keine ahnung ganz bring das land scheiße wir müssen wahrscheinlich das Motel. Ah fucks, fill a runner! Weiter! Goldmann! Weiter, 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 Högi! Dankeschön! Ich krieg's nicht tot! Hier liegt ne SKS! Ich krieg's Kind nicht tot! Oh, Pisske! Ich blute! SKS! Bluten hier! Mal eben alles checken, was habt ihr noch Ammunition? Ich hab sechs Schuss Schworte, neun Millimeters leer. Ich bin komplett leer. Wir müssen hier raus, ne? Nein, wir müssen da hoch. Wo? Da hat jemand niemand... Licht, ich hab kein Licht. Jemand Medi-Kit oder sowas? No. Ne. Richtig schlecht, ey. Jay? Hört! Ich hab die PWO nochmal erneuert. Jungs, Jungs! Hilfe! Ich muss hier zwei Sachen überarbeiten. Aha! Das ist jetzt aber die, die gespielt wird. Aha! Hier, Med-Kit! Ja! Autopumpe! Woll ich mir Bescheid sagen. Ja! Med-Kit, liegt! Ichritos nicht überschleinquiert. Ugh, ich danke dir! Moin die Autopumpe mit! Ah, ich stehe bei dir! Was müssen wir jetzt machen? Was? Gibt's irgendwo einen Schlüssel? Ich habe 4 Schuss SKS, 15 Schuss 9mm Ich mache erstmal SKS, wenn wir müssen wir raus Hier nicht, die brauchen wir nicht, wir müssen glaube ich links land Einfach links an der Wand bleiben und los Was? Der geschossen Hier Ja Oh Oh no Hier hinter uns ist zu Fuck, klick, klick Wollen wir mal, ist da was? Medik, äh, vandasch Hier, mit was an Tür Hier geht's auf Schaut es leer Sei sie dran mal mehr Warte, Tor auf! Wir müssen doch drücken an der Seite, Mensch Ah, hier ist wieder eine Kombination 92, 47 Merke ich mir 92, 47 Wir haben's fast geschafft Wir müssen gleich einfach nur rüber auf die andere Seite Ach, hier ist noch eine Kombination 18, 54 Merke ich mir Jo, meine war die richtige Ok Sprügel aus So, wir müssen gleich einfach rüber auf die andere Strasseite Einfach nur rennen Das war ja sagt Ich kann nicht schießen, ne? Ich hab zwei Schuss Null Einfach nur rüber rennen Sprintet am besten durch, hielt euch das auf Ja genau, schmeißt alles weg, was ihr nicht braucht Falsche Richtung? Falsche Richtung? Oh, achten, kacki Willst du noch mal Treffen hier gehen? Scheiße, Mann Leer Jetzt aber Nichts viel rüber Lauft, lauft, lauft Oh, büt Oh Ah, der hat mich Lauft, lauft, lauft Ah Golly Komm, 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 komm Geh nur, geh nur, geh nur Oh Rein in den Zug und Abfahrt Mach die Luke zu hier Das sind mal fixe Türen, la? Fert' ich jetzt? Ja, wir haben's geschafft Ja, wer ist, das ist Ja, ich hab mich vor Doppelat Doppelat Doppelat